Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau Kanzlerin Merkel gab am 17. Oktober dieses Jahres hier, also vor drei Wochen genau hier auf dieser Runde, eine Regierungserklärung zum Brexit ab. Und, so sagte Frau Merkel, es sei nach monatelangen Verhandlungen noch nicht klar, wie der Austritt Großbritanniens aus der EU aussehen kann. Aber Frau Merkel bleibt optimistisch und sagte wörtlich, die Bundesregierung bereitet sich angemessen auf die Zeit nach dem 29. März 2019, also für die Zeit nach dem Brexit, vor. So, meine Damen und Herren, angemessene Vorbereitung. Und jetzt dieser dünne Entwurf, den wir hier vorliegen haben, als in dem Falle Brexit-Übergangsgesetz. Dieser Entwurf der Bundesregierung ist äußerst knapp und kurz und beinhaltet lediglich, dass a. der Übergangszeitraum, der nach dem Brexit 21 Monate beträgt, und b. wechselseitige Einbührungen von Deutschen in Großbritannien, wie auch Briten in Deutschland, durch den Stichtag des Brexits nicht erschwert werden sollen. Meine Damen und Herren, das ist alles nicht mehr. Kein Gesamtterminplan, wann welche weiteren Gesetze für die Regelung des Brexits vom Bundestag zu beschließen sind. Und es werden ja wohl eventuell, Herr Maas, einige werden, wie Sie gerade schon gesagt haben. Auch die Wirtschaft bekommt ebenfalls nur Teilinformation und schaut auf die mit sich selbst beschäftigten Bürokraten in Brüssel und Berlin. Bekannt ist nach wie vor nur der Abschlusstermin, der Termin des Brexits. Ein Unding. Die Herren im Ministerium, denen ist es eventuell entgangen. Aber das deutsch-britische Außenhandelsumsatz im letzten Jahr betrug 121 Milliarden Euro. Davon haben wir Ausfuhren 84 Milliarden und Einfuhren 37 Milliarden. Und für uns Deutsche hat diese gesamte, in dem Falle Handelsbeziehung, enorm hohe Bedeutung. Und wir, auch Sie, auch Sie in Ihrem Ministerium, leben vom Ertrag unserer Wirtschaft. Sie sollten unsere Wirtschaft und Bürger unterstützen. Bürokratie und Ihr Ministerium sind kein Selbstzweck. Wir benötigen zeitnah Regelungen für unsere heimische Wirtschaft, unsere Industrie, wie sie mit den bürokratischen Auflagen und Vorschriften im Rahmen ihrer Lieferketten nach dem Brexit umgehen sollen. Aber es heißt ja immer nur, wir warten. Wir warten auf wen? Im Moment hört es sich eher so an, nicht auf London, sondern auf Godot. Nur dabei schneiden wir uns, unsere Wirtschaft, ins eigene Fleisch. Dass Brüsseler Bürokratie versucht, den Brexit so schwer als möglich zu gestalten, ist doch offensichtlich. Brüssel will abschrecken, damit nicht noch andere Länder dem Beispiel des Modells Großbritannien folgen. Und das ist ein reiner Brüsseler Egoismus. Und nützt nur der EU-Kommission. Aber anstatt Klarheit der rechtlichen Regelungen und der Kooperation mit Großbritannien zu schaffen, damit die deutsche Wirtschaft und unsere Bürger die Erträge erarbeiten können, die Sie an Ihre Ministerien, im Übrigen in dem Fall in Ihrem Ministerium, ausgeben, erlegen Sie dem deutschen Steuerzahler noch mehr Lasten auf. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion der Bundesrepublik? Aber ja, gerne doch. Herr Kollege Hebner, ich habe ja gerade mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, wie Sie die deutsch-britischen Handelsbeziehungen betont haben, das Volumina beschrieben haben. Ich kann mich aber leicht entsinnen, dass die AfD den Brexit ja gefeiert hat und sozusagen ein Befürworter des Brexits war. Ich kann mich auch erinnern, gerade an die jüngste Wachstumsprognose der Europäischen Union, wo Großbritannien auf Platz 27 von 27 liegt für das nächste Jahr. Ich möchte Ihnen aber eine ganz konkrete Frage stellen bezüglich Ihres Abmanns im Auswärtigen Ausschuss, Herrn Bistron, der sich vor kurzem getroffen hat mit Herrn Bennen. Herr Bennen ist ein bekannter Rechtsextremist, der die Zerstörung und Zerschlagung der Europäischen Union befürwortet. Ist das Ihr wirtschaftspolitischer Kurs, dass Sie dafür eintreten, dass wir ein Europa der 28 verschiedenen Nationalstaaten haben, wo wir keinen wirtschaftlichen Fortschritt mehr zusammenkriegen? Ich habe jetzt, glaube ich, Ihre Frage nicht komplett, auch rein akustisch verstanden. Aber ich weiß nicht, wen Sie jetzt genau meinen. Sie sagten, Herr Bistron hat sich getroffen. Ja, Herr Bistron ist meines Wissens im Übrigen im EU-Ausschuss. Er ist meines Wissens nicht EU-Ausschuss. Und ich weiß auch von dem Treffen, das muss ich jetzt ganz direkt sagen, nicht. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass wir natürlich selbstverständlich für die in dem Falle Möglichkeit eines souveränen Staates des Großbritannien darstellt, auch für einen Austritt aus der EU sind, selbstverständlich. Und wir glauben auch, wenn das Ganze jetzt nicht noch mit weiteren Hemmnissen versehen wird, seitens der EU-Bürokratie, dass dieser in dem Falle austritt, durchaus auch in dem Falle für weitere gedeihliche Wirtschaftsbeziehungen, und darauf nahmen Sie jetzt gerade zu Anfang ja Bezug, auch sorgen könnte, wenn das Ganze in dem Falle sauber geregelt ist. Und, da können Sie ganz kurz noch einen Moment warten, es bedarf natürlich für die deutsche Industrie einer Regelung, die in dem Falle nicht nur von Brüssel gestaltet, sondern ab einem gewissen Datum, ich komme aus dem Projektgeschäft, sich schlicht und ergreifend ein Plan B auch mitgestaltet werden muss. Und dann sollten auch solche Probleme, die jetzt am Horizont kommen, bitte nicht direkt greifen. Soweit hoffentlich beantwortet. So. Aber wir waren jetzt in dem Falle bei der grundsätzlichen Frage, das zu lassen, unsere Steuerzahlerregelungen immer weiter erfolgen. Und in Folgen des Brexits soll das deutsche Beiträge zur EU von jährlich netto 30 Milliarden Euro auf netto 45 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Und, meine Damen und Herren, warum eigentlich? Warum können die EU-Bürokratie und Gesamtkosten nicht einfach verringert werden? Warum soll Deutschland bei einer Verringerung von der EU-Einwohnerzahl im Territorium als alleiniger Zahlmeister weiter in dem Falle hier fungieren? Die Brüsseler Bürokratie muss sich einfach einschränken, meine Damen und Herren. Sie hat mit dem Brexit ja auch dann, wenn er jetzt in dem Fall auch vollzogen wird, 13 Prozent weniger Bevölkerung. Aber was passiert stattdessen? Das heißt, die EU-Kommission schlägt weitere Erhöhungen, in dem Falle Finanzierung für die Jahre ab 2021 vor. Und so offensichtlich, es wird hier von der deutschen Regierung als solches auch eine Mehrbeteiligung vonseiten Deutschlands, in dem Falle Behöhungen des Beitrags vom Bruttoinlandsproduktverein auf 1,1 bis zu 1,13 Prozent, ja sogar noch mit befürwortet. Meine Damen und Herren, das ist eine immer weiter zusätzliche Belastung. Und wir von der AfD lehnen a weitere zusätzliche Belastungen des Steuerzahlers ab, b in dem Falle eine weitere, in dem Falle Expansion auch der Bürokratie und der Aufgabenzuordnung für Brüssel. Und wir plädieren dafür, dass für die deutsche Wirtschaft, und das geht an Herrn Maas, eine stabile, in dem Falle eine saubere Planungsgrundlage geschaffen wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren. Bis zum nächsten Mal.